Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei Let's Play Together Minecraft und ja heute sind wir hier mit Cameo oder Murat 5. Ja, hi. Hallo. So, ja, du hast natürlich wieder keine Werkzeuge rein, gar nichts höchstwahrscheinlich. Nein, also. Deswegen gehen wir jetzt erstmal kurz rein und gucken mal eben, was wir denn schönes tun können, wo, wo. Also, du kannst dich insgesamt halt bedienen, ne? Ja, okay, mach ich. Erde, Stein, Holz. Musst ja nicht unbedingt Diamanten wegschmeißen, aber sonst kannst du machen, was du willst. Na. Ist das nicht toll? Ist doch super, oder? Ja, ja. Ähm, so. Ich glaube, das reicht. Das müsste reichen. Gott, dir ist so eine Unordnung überall drin. Äh, warte mal, wir könnten gleich mal schlafen. Jetzt ist noch Nacht und dann ist gleich mal hier der, 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 äh, Safe-Punkt sozusagen gespeichert. Sonst ist es wieder der Spawn am Ende der Welt. Das ist immer etwas blöd. Eh, jub. Müsst man eigentlich mal verlegen. Jo, hi. Äh, so. Perfekt. Warte mal. Ach, scheiße. Ach, komm, immer diese Lecks bei mir. Das gibt's doch nicht. Ah, da verreckt noch schön ein paar Viecher. Perfekt. Stirbt alle. Das ist immer das Beste am Minecraft-Morgen. Ach du Scheiß, Achtung, hinter dir ist ein Creeper, hinter dir ist ein Creeper. Pasch schon. Creeper sind scheiße. Hab'n. Perfekt. Ey, wann das denn? Hä? Die sind doch so süß. Ja, die sind furchtbar, ne? Furchtbar süß, die kleinen Hässling-Grün. Boah, Viecher. Hallo Skelett. Oh, ja. Ich crafte mir mal ein paar Sachen. Stirb Skelett. Jo. Wobei, wenn du Werkzeuge so brauchst, die sind eigentlich alle noch da. Dürfen noch genug da sein, eigentlich. Äh, in der Kiste neben, direkt beim Eingang rechts. Wow, 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 scheiße. Alter. Da ist genau ein Creeper vor unserer Haustür gewesen, gell? Nein. Ey, so ein Idiot. Oh, das hab' ich grad gehört. Hahaha. Oh, lass' ich gehabt. So ein Idiot, ey. Nein. Ey, der hat hier unten... Der hat hier unten noch so scheiße. Zu gut. Mann, ey, nee. Wenn sie irgendwelche Landschaft wegsprengen, ist es noch verträglich, aber die können doch nicht einfach vorm Haus sich hochbomben. Hackviecher. Mann. Oh, geil, Alter. Zeig nicht mal mehr genug Erde, oder was? Traurig, traurig. Naja, okay. Sieht ja insgesamt etwas nach Baustelle aus. Äh, jo, das mach ich noch zu. Ja, ich hatte nicht mehr genug. Hast du was zu essen dabei? Äh, ne. Ich kann dir ein bisschen was Vergiftetes geben. Na, das ist ja nett. Da ernähre ich mich schon Ewigkeiten von und sind immer noch lebendig, also. Ich kann es nur empfehlen. Hahaha. Ist so gut für die Gesundheit. Ja, ist furchtbar gut. Lebenszeit zwar total verringert, aber ist egal. So, das braten wir mal schön an hier. Sag. Mmh, lecker Steak. So. Wohnung haben wir nicht dabei, war natürlich mehr klar. Na, egal. Aber ich habe ein bisschen an der Map. Wie bitte? Ich habe gerade ein Loch zugemacht. Okay. Ganz schön viele. Ja, die Creepers sind hier gut verbreitet. Hm. Es ist egal, wo ich Holz abbaue oder möchtest du ein paar stehen lassen? Äh, die, die, die im Eingang vielleicht. Äh, die hier, diese Birken. Wobei der eine muss jetzt eh weg. Aber hier ist so ne, naja, ne Art Bambusfarm, äh, eine ganz große Bambusfarm und hier, die ist das, den Baum hier. Ja, ja, der Baum. Aber da hinten haben wir auch, äh, wow, was geht denn jetzt ab? Hallo? Ich glaube, irgendwie gerade hängt meine, hä? Hä? Ist ja irgendwie, hä? Was macht denn der gerade? Hallo? Der läuft gerade irgendwie fast von, der läuft von selber. Guck mal, guck mal ganz kurz. Ich drück jetzt mal gar nichts, okay, ich drück gar nichts, gar nichts. Ich hab meine Hände weg. Achso, das kenn ich, du musst, ähm, irgendeine F-Taste. Ich hab eh gedrückt, ich hab eh gedrückt, da passt. Was war denn das? Ja. Ja, das ist irgendwie so ein komischer Knopf und dann kann man das machen. Ne, guck, hier oben haben wir insgesamt so ne riesen Baum-Geschichte. Na, das ist ja gut. So, schön, Birke, Birke, ist das Birke? Ne, das ist noch dieses Birke, oder? Der weiß ist Birke. Ja. Die normalen sind Eichen. Eichen, dann gibt's noch Fichten, das sind die Schneedinger und dann gibt's noch die Bambus. Ne, die, äh, die Bambus-Dschungel. Ja, Dschungeldinger, genau. Bambus. Bambusbäume. Hätt auch mal was. Wobei Bambus ist das? Ist das ein Baum? Oder das ist ein, was ist das rein biologisch gesehen? Ich weiß es nicht. Boah, das bin ich schon in Ruhe, Alter. Mit Bio hab ich sowieso Stress, ey. Die Kuh macht muh. Oh nein, echt? Sollte eigentlich ausreichen als Biologie, oder? Boah, ist so klamm. Merkmale einer Kuh. Kuh macht muh. Na ja, Falsches hast du schon mal nicht gesagt dann, oder? Ich mein... Nö. Nö. Du kriegst vielleicht einen halben Punkt, aber... Bei mir einmal, während der Arbeit hat irgendeiner eben, der hat gar nichts gelernt und hat dann eben geschrieben und hat noch einen, äh, also eigentlich, also, der hat gar nichts geschrieben, außer seinen Namen aufs Blatt und hat dafür noch eine 6 plus gekriegt dann, wo er seinen Namen geschrieben hat. Oho, das ist ne Leistung. Das ist doch auch schon übelst nett von der Lehrerin irgendwie. Ja, ohne Apfel. Sperrblätter, so. Boah, ich hasse, ich mein, diese großen Bäume, die haben schon Vorteile, weil da einfach übelst viel Holz dran ist, aber irgendwie sind die übelst unfraktisch fürs Abholzen. Die nervenvoll. Äh, es gibt doch diesen Mod, den hat der Grund doch auch mal diesen, äh, den Mod da wo der alles runterfällt. Ja, ja, wenn du einen Baum unten abfällst, dann ist vielleicht alles weg. Sag mal, wie hoch ist denn der? So gar nicht. So ne Bäume, so meist... Ah, keine Ahnung, die Blöcke? Acht Blöcke? Ne, ich glaub, das ist hier so ein Riesen. Oh, Schieding. Oh, ich brauch so ein Klopper bekommen, ey. So, so. Oh, letztens hat einer auch im Test geschrieben, ähm, seinen Namen einfach hingeschrieben. Er wusste gar nichts. Hat ganz fett auf den Zettel hingeschrieben, weiß ich nicht. Ja. Hey, Lehrerin hat sich bedankt, ey. Oh, und immer nachpflanzen, immer nachpflanzen, wo die abgeholzt wurden. Oh, Gott. SPS, verlasst mich nicht. Ach, komm. Die typische Geschichte mit dem FPS, Alter. Ja, das ist immer. Die schmiert auch immer ab. Es nervt aber einfach total. Na, wow. So, rauf wieder. So, pass der Blinks. Boah, die sehen ja eigentlich, da wüsst ich aus jetzt die Bäume hier. Hab' ich noch gar nicht so bewusst gesehen hier. Die, äh... Moment, ich muss nachdenken. Die, äh... Fichten? Fichten. Fichten. Ja, Fichten. Ich glaube, mag sein. Die Schneebäume halt, ne? Die Schneebäume. Ach, das... Ich weiß ja auch nicht, was ich dazu sagen soll, ey. Tja. Einfach was fragt. So, warte mal. Jetzt kommt... Macht mich sprachlos. Oh, scheiße. Ich muss mir so kackhoch. Dankeschön. Bitteschön. Immer gern. Ich pflanze jetzt einfach noch irgendwo ein paar blöde Bäume hin. So. Aber bloß nicht die Schlauen, Alter. Ja, ne, ne, die sind ganz gefährlich, du. Da kannst du echt in die Falle dappen. Ja, die lassen mich meist gar nicht abbauen, ey. Die rennen dann weg. Das stell dir mal vor, ey. Ja, so ne kleinen Beine so unten wie so'n Creeper und dann läuft er so weg. Oh Gott. Oh, es gibt doch diesen richtig geilen Mod. Da, ähm... Gibt es so'n ganz, ganz großen Creeper. Also der ist so richtig riesig. Ja, ja, ja. Du hast da so Eier von dem bekommen. Und da kriegst du so'n kleinen Creeper. Die kannst du dann mit Gunpowder und, äh, hier die füllen. Und das füllt, äh, denn die Lebenserwartung und, äh, hier halt, äh, die Sprengkraft. Wenn du den erstmal voll gefüllt hast, ne? Also mit unendlich viel. Bumm. Denn, was geht's los, ey? Dann kannst du auch gleich den Newton-Oper holen, oder? Ja. Ja, Alter, wir kämpfen nicht hier aneinander. Der explizit so lang, bis der tot ist. Oh, nee, das ist Holz, ey, doch scheiß. Oh, mein Holz passt das eigentlich. Okay, drei Sticks. Ja, nee, Holzvorrat dürfte echt erstmal gut gedeckt sein hier durch. Boah, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Ich laufe hier so blöd rum. Könnt ihr ja ein Haus bauen. Könntest du machen, oder, oder. Oder wir gehen gleich in die Mine, mal wieder. Die Mine schadet auch nie. Nö. Sag mir nicht, dass da noch Holz ist. Was? Hey, komm, die Leute wollen mich sehr viel alles verarschen. Niemals, da kann ich Holz sein. Im Ernst, da ist so viel Holz wie überall. Das gibt's ja gar nicht. Jo. Da ist schon wieder meine Axt kaputt. Wieso besser? Ja. Schatz reicht's mir, ey. Oh, nee, ich bin doch blöd, ne? Nein, jetzt ist die noch kaputt gegangen. Was machst? Äh, abbauen. Und warum bist du blöd? Weil ich gerade, äh, rohes Holz abgebaut habe, weil ich das auch brauche, aber ich verarbeitete es. Was ziemlich blöd ist, weil ich das ja roh brauche. So. Und nicht verarbeitet. Rückgängig machen geht leider nicht. Boah, da ist ein Schaf, da ist ein Schaf, da ist ein Schaf. Das fange ich gleich mal ein. So, mit Lasse und so, ne? Stimmt, das können wir auch nochmal einführen hier. So, komm her, Schafi. Komm. Komm ins Gehege. Muss man die? Boah, was? Alter, wie für Schafe sind hier? Alter, alter, alter. Gibt's doch gar nicht. Alle Scheren. Muss man echt mal wieder machen, ey. Und einfach mal als Gehege ausbauen. Ist ja krankhaft, die riesig das ist. Oh man, hä, schon wieder falsch gebaut, ey. So, jetzt. Boah, ey, das ist voll, voll die, äh, un, unhumane Haltung hier, ist ja krankhaft. Hehehe. Ah, jetzt kann ich da hinten mal den Birken und den Baum wieder verbessern. Und mal wieder ein bisschen verkammeltes Fleisch essen. Weil's so gut schmeckt. Ah, ja, ist das schön. So, scheiße. Ach nein, was geht da jetzt auch noch irgendwie? Komm, scheiße. Oh, pass genau hier. Okay. Mein Hals reicht nicht. Was brauchst du noch für Holz? Mein hohes Hals auf jeden Fall. Hohes. Wie? Äh. Eichenholz. Das ist das Standardding, ne? Mhm. Standard haben wir aber ganz gut. Zack, 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 zack. Okay, nein, das dauert jetzt zu lang. Da. Oh, wie du immer rumreierst hier, ey. Geht gar nicht. So, ich kann endlich wieder rennen, das ist auch schon mal schönes. Wir können auch gleich mal schlafen gehen, weil sonst bockt sich irgendein Creeper oder was weiß ich was wieder hoch. So, das können wir einfach mal hier reinhauen. Oh, da hat sich schon mal so hochgejagt, oder? Wo? Nee, hat sich's gerade so angehört. Das ist zumindest hier, oder? Hier ist irgend so eine Spinne richtig in der Nähe. So, nee, das ist eigentlich hier da nicht rein. Das wird. Wie sieht's eigentlich aus mit dem TPen? Machen wir das hier am Let's Play oder nicht? Ne, immer am Anfang. Zum Finden von dem ganzen Ding hier halt. Sonst eigentlich alles ohne Eingabe von irgendwas. Ja. Aber ich werde gerade verfolgt von einem Creeper. Nicht so nett. Alter, ich glaube, hier krepiert gerade eine Spinne. Ich guck mal eben noch in der Farm unten. Aber dann ist auch schon wieder der erste Part. Oh, hier, hallo! Zeit vergeht viel zu schnell. Aber gut, ich will jetzt noch eben mal überprüfen, ob ich vielleicht irgendwas mal gekriegt hab hier. Oh, Alter, Hilfe! Komm rein, komm ins Haus, ey. Komm ins Haus. Witzig, Alter! Scheiße! Ich werde gerade irgendwie verfolgt von zwei, drei Spinnen, paar Zombies und so. Und ein Creeper. Boah, ne, jetzt kommt auch noch so ein bisschen Skelett an, ey. Alter! Sag mal, geht's noch? Lauf, ein hier! Geht's gar nicht. Ja, es war gar nichts in der Monsterfarbe, nur eine Spinne, die mich schlagen wollte, aber... Na ja. Gut, wenigstens, die hat mir da noch Fragen gegeben. Oh, ja. Hab sie abgehängt. Bist du schon im Haus? Gleich. Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir jetzt noch einmal Penn, und dann, jo. Oh, jetzt lecks wieder voll bei mir. Leust in die falsche Richtung. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich wollte... Ja, das meinte ich, Alter, die verfolgen wie alle. Karni-Wort, die Spinnen sind hier gerade, ist ja krankhaft. Ey, wenn ich in deinem, in der Nähe vom Haus bin, oder im Haus drin, der leckt das irgendwie. Ja, das geht manchmal so, bei mir da hinten, bei der Baum, bei der Baumsache, das ist aber bei mir auch so eine Zone nervvoll. Also auf jeden Fall, ähm, ja, danke fürs Zuschauerleute, hoffe, hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch und Abo dalassen, wie ihr wollt, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier. beim Minecraft Let's Play Together. Ciao! 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 Ciao!